Hey, guten Abend Leute! Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Wir spielen nachher live den Dunkle Stunden Raid zusammen mit Papa Bär, Moped King, dem Ant Ant 74, dem Pitbull, der ist mit dabei und noch ein paar andere Leute. Wir geben richtig, richtig Gas. Also, wenn ihr Bock auf geile Abendunterhaltung habt, dann schaltet doch ab 22 Uhr einfach bei uns auf dem Kanal in den Livestream rein und schaut uns ein wenig beim Zocken zu. Ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen und ich kann eigentlich nur noch sagen, bis gleich, euer Dan. Raiders must come on!